Also irgendwie nachdem wir wirklich kassiert haben in Frankfurt, kann man so sagen, das war April 2022, war mir erstmal demoralisiert, weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns das Ganze ziemlich einfach vorgestellt und dass wir so eine Klatsche bekommen, das mussten wir erstmal verarbeiten, sodass wir dann auch erstmal gesagt haben, nee, das kostete doch ganz schön viel Zeit und dann haben wir gesagt, wieso machen wir nicht mal wieder einen Versuch? Also quasi nochmal ein Comeback von dem Erstversuch und dann haben wir dann März 2024 diesen Jahres in Karlsruhe in der Open-Kategorie gewonnen mit einer super Zeit und waren, ja, zehn Minuten schneller als bei unserem Erstversuch in Frankfurt, weil wir gemerkt haben, es erfordert schon Übung und Training. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Heute haben wir die Ehre, mit den Vize-Weltmeisterinnen im High Rocks Double Elina Sujev und Diana Breiding zu sprechen. Die beiden teilen ihre spannenden Erfahrungen, geben wertvolle Trainingstipps und erzählen, wie sie es von der Leichtathletik zur High Rocks Spitze geschafft haben. Diese Folge ist ein absolutes Muss für alle, die ihre High Rocks Performance auf das nächste Level bringen wollen. Mein Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main. Herzlich willkommen Elina und Diana. Hi. Ich habe vorhin mal geguckt, wir waren ja schon mal zusammen Podcasts gemeinsam am Start und das Ganze liegt jetzt schon fünf Jahre zurück. Damals wart ihr noch in der Leichtathletik in der Mittelstrecke aktiv, beziehungsweise da ging das so langsam zu Ende. Und in diesem Jahr vor rund, ich habe eben noch mal geschaut, neun Wochen wurdet ihr Vize-Weltmeisterin im Double, im High Rocks, in der Kategorie Pro bei den Frauen. Und ich habe in den letzten Jahren auch immer mal bei High Rocks mitgemacht, finde, das ist eine schon sehr, sehr spannende Sportart. Und deswegen habe ich gesagt, müssen wir uns heute einfach mal so ein bisschen über diese Sportart austauschen. Und aber als Einstieg, so meine erste Frage, ihr wart ja auch lange in der Leichtathletik aktiv als Mittelstreckenläuferin. Wie habt ihr für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, eure Zeit in der Leichtathletik erlebt? Und was waren damals so eure größten Erfolge? Ja, wir haben, glaube ich, so mit 12, 13 Jahren angefangen. Noch einen kleinen Verein, TSV Bonamese und dann über TV Bad Vilbel zu Eintracht Frankfurt. Ja, wie man so anfängt mit Glocklauf und dann wurden wir von Wolfgang Heinig, den Trainer von Gesa Krause, entdeckt. Und so fing das halt, nahm das so, dass sein Lauf sind aus Sportinternat gegangen in Frankfurt mit Katharina Steinruck, Gesa Krause. Also das sind alles Athletinnen, die man ja heute jetzt noch bei Olympia gesehen hat, die Gesa. Ja, über die 800 angefangen, dann auch schon recht schnell erste internationale Teilnahmen bei der U18-Weltmeisterschaft gehabt. Meine Schwester Diana bei Überhindernis und ich über 800 Meter, da stand ich im Halbfinale. Ich war, glaube ich, siebte oder so bei der U18-WM. Das war eigentlich schon ein Riesenerfolg, war ein Jahr zuvor, haben wir, glaube ich, sechste und achte bei den deutschen Meisterschaften über 800 Meter und ein Jahr später standen wir einfach bei der WM. Also es war so surreal, dass man plötzlich international teilnehmen konnte und plötzlich im Kader war, plötzlich doch alles ein bisschen professioneller wurde, sage ich mal so. Und dann sind wir 2018, glaube ich, äh nicht, 2008, da hatten wir eine deutsche Meisterschaft in Berlin. Das war noch unsere letzte deutsche Meisterschaft für die Eintracht Frankfurt. Dann sind wir nach Potsdam gewechselt zu Beate Konrad, das war damals unsere Trainerin und da konnten wir auch Erfolge verbuchen. Elli wurde Dritte über 500 Meter bei der U20-Weltmeister. Damals wurde ich Sechste. Anja Späler wurde ich Deutsche Meisterin über die 500 Meter in Braunschweig. Bei der Aktiven schon. Bei der Aktiven schon, genau, das war schon dann plötzlich der Sprung von den Junioren zu den Aktiven, würde ich mal sagen, ist uns gut gelungen. Also wir haben uns dann auch bei der Aktiven etabliert und 2020, vielleicht also 2014, hatte ich meine 2012, wurdest du Vize-Europameisterin. Genau, im Nachgang, genau, das war Europameisterschaft in Helsinki, dann bin ich über die 15, auch meine erste Teilnahme bei der Aktiven international, bin ich da Sechste geworden und im Nachgang wurde es auf Silber korrigiert. Also war schade in dem Moment, aber in dem Moment war es für mich ein Riesenerfolg, sechs Platzierte zu werden. Ja, und dann würde ich sagen, das war mit mein größter Erfolg neben Rio, Olympische Spiele 2020-16, wo ich im Halbfinale stand. Und genau das würde ich mal sagen, waren so meine größten Erfolge. Was war der Grund, dass du dann von Platz sechs auf Platz zwei aufgerutscht bist? Ein Jahr später habe ich erfahren, dass die ersten, die zwei Platzierte gedopt waren, das waren zwei Türkeninnen und dann wurden die Russen und die Ukrainerinnen nacheinander suspendiert. Also ich bin, glaube ich, zwei, drei Jahre später so nach vorne gerückt, genau. Also Dopingfälle, genau, das war der Grund. Dann noch Highlight bei mir war auf jeden Fall auch so Team Europameisterschaft 2014, wo wir Team Europameister wurden. Da war Diana auch mit dabei. Ja, deutsche Meisterschaften bei den Junioren, Medaillen bei den Aktiven. Ich habe es leider nicht zur Olympia geschafft, aber man konnte sich sehr gut mit der Schwester freuen, dass man irgendwie dann so gut wie mit Fiebern mit dabei war, so ein bisschen, auch wenn es von der Ferne war. Aber es war eine schöne Zeit. In 2020 haben wir beide eigentlich mehr oder weniger unsere Leichtathletikkarriere an den Nagel gehängt. Und ein Jahr später kam schon meine Tochter zur Welt. Also es war ein fließender und schöner Übergang. Aber was würdet ihr sagen, hat euch so aus der Zeit Leichtathletik am meisten fasziniert? Und was konntet ihr vielleicht aus der Zeit auch so ein Stück weit mitnehmen? Also meistens war so der Weg zum Ziel noch schöner als das eigentliche Ziel. Also ich meine, es war immer das Ziel, irgendwie zu einer Meisterschaft zu gelangen. Aber der Weg dahin war noch viel schöner, weil der ja auch viel länger gedauert hat. Also die Trainingslager, ob es in Kenia war, in Südafrika, Amerika, Portugal, das war einfach toll mit den anderen Läuferinnen und Läufern. Es konnten sich, also haben sich so Freundschaften entwickelt. Also gerade halt jetzt mit Gesa Krause sind wir noch super befreundet und mit Christina Hering. Also das sind schon Freundschaften, die bis heute halten. Und ja, das ist halt wie eine Blase für sich. Das ist wie jetzt, ja aktuell mit High Rocks. Also das ist eine andere Blase, aber es ist schön. Also die Momente nimmt einem keiner. Das Reisen bei den Wettkämpfen, wenn man ja natürlich auch ein gewisses Niveau hatte, dann konnte man auch international viel rumreisen. Ob Spanien, Italien, an vielen Orten weltweit waren wir. Und diese Erinnerungen kann einen keiner mehr nehmen. Das ist das Schöne an der Leichtathletik gewesen. Natürlich auch die Vielfalt und irgendwo auch das Training mit der Gruppe. Aber gleichzeitig hat man ja auch trainiert, um selber immer ein Stückchen besser zu werden. Und diese kontinuierliche Verbesserung so an sich zu bemerken, das hat schon immer seinen Reiz. Wie kam es denn dann nach dem Ende eurer Leichtathletik-Karriere dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir suchen nochmal eine neue sportliche Herausforderung und starten kein Comeback in der Leichtathletik, was es ja auch immer mal wieder gibt, sondern probieren was ganz Neues und starten mal bei einem High Rocks-Event. Tatsächlich war das gar nicht unsere Intention, da irgendwie eine neue Karriere zu starten. Es war so, dass wir, ein Kumpel von uns hat uns, ich glaube, es war wirklich ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Tochter, das waren sich 2022 im März oder so gefragt, ob wir nicht Lust hätten auf den High Rocks in Frankfurt. Wir kannten das damals nur so oberflächlich, weil wir einmal zugeschaut haben. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir probieren es mal. Aber wir haben wirklich nur einmal in einer sogenannten Crossfit-Box, die sind wir nur einmal die Übungen durchgegangen und dachten, das kriegen wir schon hin mit dem Laufen, was wir können. Und vor zwei Jahren war das halt so das Niveau noch nicht so hoch. Dann wurden wir Dritte in Frankfurt, sind gnadenlos gestorben bei den Übungen. Also da haben, das war echt jener zu gut und böse ohne Technik, keine Kraft gehabt. Durchs Laufen wieder ein bisschen Plätze gut gemacht. Am Ende hat er Dritter geworden, in unserer Age Group sogar Zweiter, sodass wir uns auch damals schon für Las Vegas qualifiziert hätten. Wobei, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, das Niveau, die Konkurrenz hat sich massiv gesteigert in den letzten Jahren. Also vor zwei Jahren sind wir wirklich zehn Minuten fast langsamer gelaufen als jetzt in Nizza oder in Karlsruhe, wo wir uns ja qualifiziert haben. Und man sieht halt einfach wirklich, dass sich dieser Sport massiv verändert hat und auch weiterentwickelt, wenn man professioneller wird. Aber wie gesagt, wir sind durch einen Freund darauf gekommen, aber wir haben nie die Intention gehabt, dass wir eine neue Karriere starten. Das ist ja auch alles parallel, sage ich mal, auch zum Beruf, mit Kindern. Das ist alles nicht so einfach, aber ja. Ja, definitiv. Aber du hast gesagt, die Übungen an sich, die waren schwierig, aber ihr habt ja da, was das Läuferische angeht, ein extrem gutes Fundament und auch sehr viel Talent mitgebracht. Und dann nach diesem ersten Wettkampf, wo ihr dann schon im Prinzip hier in Frankfurt auf Platz drei gelandet seid, hat euch da so ein bisschen wieder der Ehrgeiz aus dem Leistungssport der Leichtathletik gepackt? Oder war das dann danach trotzdem so, wir konzentrieren uns vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auf den Kraftteil und auf die Ausführung der Übung? Oder war es dann trotzdem noch just for fun? Also irgendwie, nachdem wir wirklich kassiert haben in Frankfurt, kann man so sagen, das war April 2022, war mir erst mal demoralisiert, weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns das Ganze ziemlich einfach vorgestellt und dass wir so eine Klatsche bekommen, das mussten wir erst mal verarbeiten, sodass wir dann auch, ja, erst mal gesagt haben, nee, das ist das jetzt irgendwie, kostete doch ganz schön viel Zeit und dann kam meine Tochter zur Welt 23 im Juni. Das heißt, wir haben ja, dann ging ja gar nicht durchs Training und dann haben wir dann, ich glaube, es war auch ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Tochter, haben wir nochmal in der Staffel mitgemacht und dann gemerkt, okay, das ist ganz cool, wenn man sich doch ein bisschen darauf vorbereitet, dann, und in der Staffel, gut, das ist natürlich, das ist ja, da machst du sowieso nur einen Bruchteil von dem, was du dann im vollen Hyrux machst, aber dann haben wir gesagt, wieso machen wir nicht mal wieder einen Versuch? Also quasi nochmal ein Comeback von dem Erstversuch und dann haben wir dann März 24 diesen Jahres in Karlsruhe in der Open-Kategorie gewonnen mit einer super Zeit, haben uns natürlich auch darauf vorbereitet, waren auch ein paar Mal in der Crossfit-Box, das muss man ja schon mal machen und waren, ja, zehn Minuten schneller als bei unserem Erstversuch in Frankfurt, weil wir gemerkt haben, es erfordert schon Übungen und Training. Also das ist dann doch nicht nur so eine Fun-Sportart, das mal so dahingestellt, sondern das ist, ja, wie Diana schon gesagt hat, diese Sportart ist sehr professionell geworden. Die Leute, die da vorne gewinnen, sind Vollprofis. Du hast die Zeit von Karlsruhe in diesem Jahr angesprochen, 57 Minuten, 38, also deutlich unter einer Stunde. Das ist schon enorm und das kann man dann tatsächlich auch nicht mehr nur noch über das läuferische Talent herausholen, sondern da muss dann auch wirklich ein spezifisches Training in den einzelnen Übungen stattfinden. Noch mal kurz zum Verständnis für die höheren Hörer, wie läuft denn das Double? Also, dass ihr vielleicht noch mal kurz erklärt, die Unterschiede zwischen dem Staffelrennen und den Abläufen im Double. Genau, also High Rocks ist ja so eine sozusagen hybride Sportart. Man läuft immer einen Kilometer und zwischen den einzelnen Kilometern, die man achtmal macht, läuft, hat man eine Übung zu absolvieren. Sprich, man fängt mit dem ersten Kilometer an, kommt dann zu der ersten Station, das Ski-Ergometer macht dann einen Kilometer beim Ski-Ergometer und dann läuft man wieder, dann geht man zum sogenannten Sled-Push. Da muss man einen Schlitten schieben über viermal zwölfeinhalb Meter, weil man ja hin und her schiebt, also insgesamt 50 Meter. Dann läuft man wieder einen Kilometer, dann macht man das sogenannte Sled-Pull, also man zieht dann den Schlitten. Dann läuft man wieder einen Kilometer, macht 80 Meter Burpees, Broadjump, sozusagen die Burpees nach vorne gesprungen. Dann läuft man wieder einen Kilometer, dann geht man zur Ruderstation, macht einen Kilometer Rudern. Dann läuft man wieder einen Kilometer, macht das sogenannte Farmer's Carry. Also man hat zwei Kettlebells in der Hand und absolviert 200 Meter Farmer's Carry mit den entsprechenden Gewichten. Dann wieder einen Kilometer laufen, 100 Meter Sandbag-Lunches, also vorwärts mit Sack auf dem Rücken. Dann läuft man wieder einen Kilometer und dann geht es zur letzten Station, den Wallballs, also mit dem Medizinball in der entsprechenden Gewichtsklasse, muss man gegen eine Scheibe den Ball hochwerfen. Und dann gibt es halt die unterschiedlichen Events, also die Unterteilung. In einem Hierarchs nennen sich Divisions. Also es gibt ja, wie du das genannt hast, die Staffeln. Die sind halt nicht, die gibt es international, aber da kann man sich nur quasi für das eigene Land qualifizieren. Da absolviert jeder Läufer oder jede Läuferin jeweils zweimal einen Kilometer und zwei Übungen. Also die Übungen kann man sich im Vorfeld selber überlegen. Also genau, das kann man machen. Dann gibt es die Division Doubles. Die gibt es im Women-Man-Bereich und auch im Mixed-Bereich, also Frau und Mann. Das haben wir absolviert, also im Double Women. Und dann gibt es noch die normale Single Division. Entweder im Pro oder in der Open-Kategorie. Die Open-Gewichte sind leichter, die Pro schwerer. Und dann gibt es noch die Elite-Kategorie. Da sind die Top 15 Elite der Welt drin. Also man kann sich über sogenannte Major-Events für diese Top 15 Elite qualifizieren. Und es ist auch nicht so wie in der Leichtathletik, dass zwei Pro Nation in dieser Top 15 Elite vertreten sein dürfen. Es dürfen auch zehn Amerikanerinnen drin sein und, sage ich mal, zwei Schwedinnen und drei Deutsche. Also das ist auch interessant, dass man, das ist nicht so wie in der Leichtathletik, dass da nur eine gewisse Anzahl an Nationen vertreten sein darf. Also es darf, wenn man sich qualifiziert, gibt es da kein Limit, ob das jetzt rein aus deutschen Teilnehmern besteht. Oder genau, das ist auch mal das Interessante. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch vielleicht in Zukunft ändert. Weil, ja, ich glaube, die Amerikanerinnen oder die Britinnen, die sind da einen Ticken professioneller aufgestellt, einen Ticken weiter und dementsprechend natürlich auch mehr vertreten. Ist das tatsächlich so? Weil es ist ja ursprünglich eine Sportart, die in Deutschland entwickelt wurde. Genau, der Moritz Fürste, das ist der Co-Founder. Moritz Fürste war selber Hockey-Nationalspieler, zweifacher Olympiasieger mit der Mannschaft. Hat es 2016 gegründet mit dem, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht den Namen, mit wem er das gegründet hat. Aber dann wurde es über ihn so populär. Ich glaube, die erste WM fand nur mit Deutschland in den Oberhof statt, habe ich gehört. Also das WM, also nur mit Deutschland und so. Und irgendwie ist das ja, so gut zu sagen, gespreadet, diese Sportart, die gibt es in Singapur, in Südkorea. Also überall auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile Events. Das ist ja ein Event. Also man muss schon sagen, Hyrux ist ein Event. Wir haben es in Nizza live erlebt. Moritz Fürste war selber vor Ort. Was für ein Wahnsinns-Event das ist. Also man hat da wirklich Gänsehaut gehabt, wie man, was man daraus für eine Show machen kann. Das war schon schön miterlebt zu haben. Ja, und dadurch wird es immer professioneller, weil die Leute, die da vorne laufen, die haben echt was drauf. Das war schon, ja. Ja, und in Amerika ist es ja auch so wie eine Leiche tätig. Ich glaube, wenn die da was, wenn die mal Blut geleckt haben, dann können die dadurch auch professionell werden, weil die haben auch dementsprechend die Sponsoren, die das auch dann supporten. Was uns auch auffällt, sind sehr viele der Top-Athletinnen und Athleten sind selber Coaches. Also die trainieren selber Hyrux-Hybride-Athleten. Und dementsprechend sind die halt auch Halbprofis oder Vollprofis, weil die halt eigentlich den ganzen Tag trainieren können und auch zusätzlich ihre Klienten, sage ich mal, trainieren können. Ich kann mir auch vorstellen, viele Deutsche, dass die auch parallel vielleicht zum Beruf den Hyrux machen. Aber wenn ich auf Instagram den Top-Athletinnen und Athleten folge, sind das eigentlich Vollprofis. Ja, die machen nichts anderes. Die schlafen in Höhenzelten. Also die nehmen sich von den professionellen Leiche-Athleten nichts mehr. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen in so die vielleicht auch Trainingsplanung, Vorbereitung auf so ein Hyrux-Event, weil ihr habt es gesagt, das ist ein Event, das wird immer weiter gespreadet. Es gibt immer mehr Leute, die das gerne mal ausprobieren möchten oder einfach ambitionierte Hobby-Athleten sind und wird da so ein bisschen in die Trainingsplanung einsteigen. Ihr kennt es ja noch aus der Leichtathletik, da gibt es eine spezifische Trainingsplanung, es gibt eine Periodisierung. Wie handhabt ihr das denn im Hyrux? Also ihr habt gesagt, gerade auch für Nizza habt ihr euch spezifisch vorbereitet. Wie sah denn da so grundsätzlich die Trainingsplanung, die Trainingsstruktur aus über, sagen wir mal, zwei, drei, vier Monate? Tatsächlich haben wir so nach Kreisruhe, also wir haben es ja vor Kreisruhe auch selber trainiert, weil wir glauben auch, dass wir, wir kennen ja unseren Körper, wir wissen, wir kennen unsere Stärken und unsere Schwächen und wir haben auch ein bisschen die Erfahrung von der Leichtathletik. Aber wir haben natürlich auch ein paar Freunde, die das machen. Und dann hat ein Kumpel, der auch selber Hyrux betreibt, gesagt, dann hat er uns eine Struktur im Alltag gegeben. Er hat gesagt, wir müssen jetzt einfach mehr auf Kraft setzen, weil wie die Ellie ja schon gesagt hat, wir haben uns in der Open-Kategorie qualifiziert, sprich mit den niedrigeren Gewichten für die Pro-Kategorie, weil bei der WM es nur noch die Pro-Kategorie war. Das waren halt einfach mal beim Stand-Back-Lunges waren 10 Kilo mehr, bei den Warbirds 2 Kilo mehr, mehr Wiederholungen. Beim Schlitten waren das auch teilweise das Doppelte, was wir schieben oder ziehen mussten. Also es war schon mal eine neue Nummer, wo wir auch am Anfang gedacht haben, oje, das kriegen wir nicht hin, aber haben irgendwie gedacht, wir geben jetzt nicht auf. Und dann sah da unser Trainingsalltag, es war schon kraftlastig, weil wir gesagt haben, laufen können wir, das müssen wir eigentlich nur noch halten. Und wir haben zweimal die Woche jeweils, sage ich mal, Beine und Arme trainiert. Das mussten wir trainieren, weil wir halt Kraft ja auch gebraucht haben, um diese Gewichte zu schieben oder zu stemmen. Glauben sind wir trotzdem. Wir haben auch einmal die Woche weiterhin Tempoläufe gemacht und gerade auch dieses Koppeltraining, dieses Laufen mit den Übungen, weil es gibt ja die Crossfitter, die die einzelnen Gewichte sehr gut stemmen können. Aber was wirklich beim Hierroxy Herausforderung ist, mit 170, 180 Puls vielleicht an die Station zu gehen und dann dementsprechend immer noch die Gewichte zu stemmen, das mussten wir trainieren, weil das ist brutal für den Körper, aber auch für den Kopf, weil man ja einfach immerhin denkt, man sei eigentlich immer an den Gedanken, ich kann nicht mehr, ich mache langsamer am Nachlasten. Aber genau dieses Koppeltraining, das war auch ein wichtiges Element in unserem Training. Würdet ihr sagen, dass aber schon der Schwerpunkt, wenn man, ich sage mal, vom Niveau her neutral ist, sowohl im Kraftbereich noch nicht viel gemacht hat und im Laufbereich noch nicht viel gemacht hat, dass der größere Faktor oder der größere Hebel für eine gute Zeit das Laufen ist, weil man ja achtmal die tausend Meter läuft und das ja von der Gesamtbelastungszeit so aus meinem Verständnis der größte Block ist? Oder würdet ihr sagen, es gibt auch Übungen, da kannst du so viel Zeit verlieren, da musst du auch einen Fokus drauf legen? Nee, das ist schon, da sieht man auch die Tendenz, dass man muss ein guter Läufer sein, das ist der amtierende Weltmeister, der Ronkewitsch aus Österreicher, der trainiert mit dem Andreas Wolter, auch österreichischer Marathonläufer oder ehemaliger Mittelschreckenläufer. Also ich folge immer auf Instagram und habe daher die Info, dass er mit ihm trainiert. Das heißt, er trainiert mit einem Topläufer und er kann mit ihm mithalten. Also das spricht ja schon für sich. Dann der Michael Sandman, Vize-Weltmeister, wird gecoacht mit Charlie Grice, ehemaliger Mittelschreckenläufer aus England. Er bekommt die Trainingspläne von einem ehemaligen Mittelschreckenläufer. Also das spricht ja schon für sich, dass man muss gut laufen, um vorne mitzuschwimmen. Sonst, ja, du kannst bei den Übungen natürlich viel verlieren, wenn du die nicht drauf hast. Aber ohne dieses Fundament an Laufen, wirst du niemals vorne mitlaufen können. Und würdet ihr sagen, das ist dann ein Lauftraining, was eher in Richtung Mittelstrecke geht oder eher in Richtung Langstrecke? Weil ich sage mal so, die Gesamtbelastungszeit im High Rocks ist ja im Prinzip immer über eine Stunde. Aber die einzelnen Laufbereiche sind ja dann immer nur ein Kilometer. Wobei ja dann der Puls ja nicht so weit runter geht dann danach. Ja, das ist schwierig, weil wir haben gelernt, in Zones zu reden und zu sprechen. Also die Hybrid-Athleten reden immer von Zone-Training. Also Zone 2 ist dann immer so ein regenerativer Dauerlauf. Und man läuft meistens in High Rocks in Zone 4 oder Zone 5. Das würden wir im Verständnis einfach sagen. Das ist einfach, man muss sehr viel auf der Schwelle trainieren. Also viel in dieser unkomfortablen Zone. Weil es bringt dir nichts, wenn du 8 mal 1.000 in 3.10 oder 3.20 machst. Weil das ist nicht dein Renntempo. Das heißt, wir hatten jetzt in Nizza im Schnitt 3.40. Wir waren damit schon die Schnellsten bei der WM mit Abstand. Genau, also weil wir auch immer in uns, wir haben immer gesagt, wir orientieren uns an einem realistischen Laufwert. Und dann in dieser Zone haben wir immer trainiert. Also mal natürlich, das kennen die Läufe auch. Man macht mal 6 mal 1.000 und dann hinten raus macht man nochmal 3 mal 2.100 für die Mobilisation. Weil man ja doch schnell ins Laktat auch geht. Und das war dann doch der Schwerpunkt. Mittelstrecken-Training, doch kann man schon sagen, das war wirklich wie so ein 15-Meter-Training. Ja, aber man muss auch sagen, die 15-Meter-Läufer oder Läuferinnen, die machen ja auch Long-Runs von mehr als 20 Kilometer. Also die Profiläuferinnen und Läufer im Mittelstreckenbereich, die machen natürlich nicht so viele Kilometer wie ein Marathonläufer, aber auch nicht so wenige Kilometer wie ein Sprinter oder ein Langsprinter. Dementsprechend hat man schon dann die gewisse Ausdauer, wenn man seine 80, 90 Kilometer läuft. Das ist auch so eine Zahl, die ihr da bedient habt, also so 80, 90 Kilometer an Laufkilometern pro Woche? Nee, gar nicht so viel. Also wir haben jeden Tag 1-2 Mal trainiert, aber wir hatten 4 Laufeinheiten die Woche. Also wir hatten einen Long-Run in der Woche, das war so eine Stunde 40. Ja, 20 bis 21 Kilometer, weil dann sind wir ja in der niedrigen Zone, in der Zone 2 gelaufen. Dann hatten wir halt wieder einmal ein Koppeltraining. Also die Triathleten verstehen unter Koppeltraining vielleicht was anderes als wir, als Koppeltraining im Sinne von, wir sind dann in die Box gefahren oder ins Fitnessstudio und haben immer Laufen gewechselt mit den Übungen, dass man es halt trainiert, weil ja, mit schweren Beinen zu laufen und vice versa, das ist ja was ganz anderes. Und dann auch diese 1.000 Meter seid ihr gelaufen? Nee, also gar nicht. Wir haben ja nie im Training einfach, wir haben selten im Training stumpf 8 mal 1.000 trainiert. Es war, der Samstag war immer vormittags, ein reines Tempolauftraining. Da haben wir variiert. 4 mal 2.000, 8 mal 1.000, 15 mal 400. Also da haben wir einfach unsere Erfahrungen spielen lassen, was wir früher so gemacht haben. Das kam uns ja zugute, weil wir ganz genau wussten, was wir früher für Programme gemacht haben. Und einmal die Woche war regenerativer Dauerlauf. Das habe ich natürlich nicht vergessen, trotz so viel Training, dass man dann auch Regeneration benötigt. Und den Rest, Kraft, Kraft, Kraft. Wir mussten an unseren Schwächen arbeiten. Und da wir ja auch, wie Elika gesagt hat, nicht jeden Tag 2 mal am Tag trainieren konnten, also ich arbeite ja noch parallel, haben wir unsere Einheiten meistens morgens wirklich in der Früh absolviert. Und ich kenne viele High Rocks Athleten, die machen einmal die Woche auf jeden Fall Rest Day. Das ist ja auch wichtig. Bin ich auch immer noch, bin ich jetzt wichtig. Aber da wir sonst nicht auf die Einheiten gekommen wären, haben wir uns für uns entschieden, wir machen einmal die Woche eher, so wie Elika gesagt hat, easy day, ganz langsam laufen, Yoga noch ein bisschen für die Mobilität. Aber ich denke trotzdem, dass so ein Rest Day wirklich enorm wichtig ist, weil die Einheiten, kennst du wahrscheinlich selber, die High Rocks Einheiten, die gehen verdammt rein. Also diesen Pain Level, den kannte ich gar nicht in der Leichtathletik, weil was die Einheiten angeht, dann geht man ja jedes Mal an seiner Schmerzensgrenze. Das ist nochmal tatsächlich intensiver als in das Mittelstreckentraining, weil da gibt es ja auch schon richtig fiese Sachen. Ihr High Rocks Training ist körperlich und mental ein Kopfschuss jedes Mal. Also wir sind immer ins Fitnessstudio gegangen, wir wussten, heute wird wieder gestorben, weil es einfach von Anfang an wehtut. Also du machst 20, 30, 40 Wall Walls, dein Puls ist schon von Anfang an bei 175, dann gehst du aufs Laufband, machst nochmal eine 600 im Schnitt von, also auf den 1000 hochgerechnet, vielleicht 330, es hört sich alles so langsam an und dann gehst du wieder runter, machst das Push, also du bist ja eigentlich dauernd am Limit und das ist ja dieser Reiß von High Rocks, das ist ja der Kampf. Ja, wie sagt man so schön, du musst dich so sehr quälen können und ja, natürlich, ich hatte auch einen halt in der Leichtathletik, also im Training früher, die sehr, sehr hart waren, aber wenn wir an der Startlinie im Wettkampf standen, war man ja erholt und das ist ja was anderes, was, wenn du nach der Hälfte noch irgendwie noch vier Übungen machen musst und bei einem Wallburst ankommst und weißt, du siehst von Sternchen, das ist schon was ganz anderes. Ja, ich würde gleich gerne nochmal so ein bisschen ins Krafttraining einsteigen, aber jetzt nochmal kurz zum Laufen, ihr habt gesagt, ihr seid 3,40 im Schnitt gelaufen, 3,30, 3,40 jetzt in Karlsruhe, richtig? In Nizza, in Karlsruhe, mit Ticken, sogar mit Ticken langsamer, 3,45 im Schnitt. Und in welchem Pulsbereich lauft ihr da im Wettkampf, weil man muss sich ja auch immer noch so ein paar Körner aufheben für die jeweiligen Übungen. Also man kann ja da gar nicht an der Grenze laufen. Ja, genau. Das ist das Faszinierende, dieses hybride Training und auch mit welcher Strategie du auch an so einen Wettkampf rangehst. Ich meine, wir waren im Double, wenn da einer nicht konnte, dann teilt man sich, ich hätte die Übungen noch anders auf, aber ich hatte jetzt in Karlsruhe, in Nizza, bei der WM im Schnitt, also im Gesamtschnitt nach der Stunde, 179 im Schnitt. Wow. Also das ist schon ordentlich. Ich hatte ein Maxi, also das ist schon eine, also wenn man jemand, der über eine Stunde schon einen Schnitt von 179 gemacht hat, der weiß, wie es getan hat. Aber habt ihr gerade hier Pulsuhren oder ist es dann einfach? Wie mit der Apple Watch, also das ist ja vielleicht nicht ganz so granular, aber mein Puls ist sowieso individuell, aber man kann schon sagen, in Karlsruhe hatte ich einen Maximalbus für Andi 200, das ist schon ordentlich. Also ja, man, das ist aber auch das Schwierige, ich weiß nicht, wahrscheinlich will ich keine Antwort vorwegnehmen, aber du musst vielleicht auch mehrere High Rocks in deiner Karriere machen, um, ja, um dazuzulernen, weil beim ersten High Rocks haben wir kassiert, da haben wir das unterschätzt und manchmal ist es ja so, so ein Karlsruhe hat mir, glaube ich, den Flow, wie man in der Leichtathletik, hat man ja auch manchmal den Flow, wenn man in der Bestzeit gelaufen ist, dann tut das manchmal gar nicht so weh, weil man halt diesen idealen Leistungszustand in dem Moment hatte und es muss nicht wehtun, wie wir es gerade so beschreiben, das Training ist manchmal vielleicht ekliger als der Wettkampf selber, ist ja klar, man hat sich den Wettkampf mehr verdient. Aber Laufen, ja, wie du gerade gesagt hast, man muss sich jetzt auch einteilen, man muss, das Laufen darf ja nicht Kampf sein von Anfang an, also man muss sich bewusst sein, da kommt auch eine Übung, es muss, ich sage immer so schön, unkomfortabel in einer unkomfortablen Zone, also ab letzten zwei Übungen, dann kannst du auch schon mal wehtun, aber wenn du beim zweiten Tausender stirbst, dann kommst du nicht durch, also nicht in dem, wie du es dir wünschst halt so. Ihr habt eben schon den Kraftpart angesprochen, das war so der Bereich, wo ihr noch Potenziale hattet oder mehr als im Laufen. Wie sah denn so das, oder sieht denn das Krafttraining bei euch aus? Und also erstmal, wie viele Einheiten macht ihr da die Woche und welche Übungen und vielleicht auch in welchen Wiederholungsbereichen, weil das wird wahrscheinlich nicht so im Max-Kraft-Bereich gehen, sondern eher so in Richtung Kraft-Aussauer, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Also ich glaube, Montag und Donnerstag waren immer die isolierten Krafttage, also da war erstmal reines Oberkörpertraining. Ja, was wir früher vielleicht nie gemacht haben, ganz viel Beats-A-Curse, Shoulder-Press, weil du brauchst ja die Übungen, die Partien trainieren, du die ja für die Stationen brauchst. Du brauchst ja ganz viel Schultermuskulatur, Wallboys, Trust Us, also falls jemand nicht weiß, was Trust Us sind, du gehst mit zwei schweren Gewichten in die tiefe Hocke, wie ein Squat, also Kniebeuge, tiefe Kniebeuge, gehst nach oben, streckst nach oben die Arme, also und das ist natürlich, das ist die beste Übung, weil das simuliert quasi die Wallboys und so sind wir rangegangen, wir sind nicht immer in Twitter-Stüttel gegangen, wir haben es unserem eigenen Sandbag von Amazon bestellt, 20 Kilo, wir haben den Wallboy bestellt nach Hause, wir haben Gewichte bestellt, also weil es ja der Alltag, wie gesagt, ich bin zwar noch in Elternzeit, die an der Arbeit, das musste man auch jonglieren mit Kind, das ist ja nicht so einfach, also so wie die Vollprofis, die da drei, vier, fünf Stunden am Tag trainieren, ohne Kind, das ist eine andere Nummer, das heißt, wir haben uns das so zu Hause gemacht, wir haben, muss man auch gestehen, viele Sachen abgeschaut bei Instagram, das ist ja heutzutage, ja, da kann man ja viel mal schauen, Inspiration holen, wir haben viele Inspirationen für Trainingseinheiten, wir haben natürlich viel so Kreuzheben, ich sag mal, ungefähr viermal zehn Kreuzheben zum Beispiel, so von einem Richtwert mit 70, 80 Kilo oder 70, 75 Kilo, ich würde schon sagen, teilweise an so einem Wettkampf hin auch ein bisschen mehr Maximalkraft, weil wir Sled Push 150 Kilo, das schaffst du mit Kraftdauerübungen nicht, weil das sind zu leichte Gewichte, also man muss schon Gewichte in die Hand nehmen, Oberkörper war für uns schon eine Herausforderung, weil wir das als Läuferin nie gemacht haben und ich würde immer noch behaupten, da ist immer noch Verbesserungspotenzial, aber ich denke mal, wir haben schon was das Beste in diesen kurzen Vorbereitungszeit von Karlsruhe zu Nizza das Beste aus dem Kraftpotenzial gemacht. Weil das tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, auf der einen Seite hast du den Schlitten schieben, Schlitten ziehen mit wirklich extrem hohen Gewichten, wo du tatsächlich die Maximalkraft brauchst und dann hast du am Ende die Wallboards mit 100 Wiederholungen, was dann aber voll im Ausdauerbereich ist. Da ist natürlich die Belastung nicht so groß, weil man im Prinzip nur das Körpergewicht plus den Medizinball hat, aber da irgendwie so diese Balance zu finden, beides unter einen Hut zu bringen. Ja, die Wallboards, das hört sich so banal an, aber man muss erst mal 100 Mal diesen 6-Kilo-Ball, der ja auch nicht klein ist, es ist ja schon ein großer Medizinball, den man ja auch erstmal in die Hand nehmen muss mit so kleinen Händen, die wir haben, das ist ja gar nicht so einfach, wie du sagst, diese Kraftausdauer, also da gibt es verrückte Instagram-Accounts, was man da an Trainingsinhalten sieht, das ist schon Wahnsinn, also und Wallboards, das ist Kopftraining, das ist wirklich Kopftraining, weil Kraftausdauer ist ja, also wenn man 200 Wallboards im Training macht, das ist einfach, man kann das, also das geht, aber es ist halt Kopf, also weil es halt wirklich, das treibt den ganzen Puls nach oben, weil es eine ganzkörperübung ist. Ist auch so das Thema Technik, technische Ausführung ein Teil eures Trainings, weil ich sag mal, Wallboards, es geht ja nicht nur darum, den Ball auf eine bestimmte Höhe zu werfen, sondern du musst ja auch noch das Brett treffen und ich sag mal, wenn du dich ökonomischer bewegst, kannst du vielleicht da auch nochmal das ein oder andere Prozent rausholen, also ist das auch nochmal so ein Part vom Training, dass ihr das auch vielleicht analysiert? Ja, auf jeden Fall, diesen Fehler haben wir im ersten High Rocks zu spüren bekommen. Wir hatten gar keine Technik, gerade im Schlitten ist Technik sehr, sehr viel und mit der richtigen Technik merkt man auch, oh, man kann ja doch die Gewichte stemmen. Wallboards war jetzt selbst in Nizza, die Technik ist ja noch nicht optimal. Irgendwie, wenn man dann sehr müde wird, dann vergisst man die ganze Technik. Technik ist schon auch einiges, da kann man viele Übungen effizienter machen und sich das Leben einfach ein bisschen einfacher machen. Ist ja wie überall so, auch in anderen Leichtathletikbereichen, Technik ist sehr viel. Nicht alles, aber mit der falschen Technik wirst du den Schlitten auch nicht so schnell schieben können wie deine Konkurrenz. Was sind da so für vielleicht technische Fehler, die da viele begehen oder worauf sollte man darauf achten, dass es möglichst leicht, sage ich mal, 150 Kilo sind nie leicht, aber dass es etwas leichter geht? Also beim Schlitten schieben, man muss sich in den Schlitten richtig reinlegen, richtig, richtig tief gehen, dass du den Körperschweppung so niedrig für wirklich hältst. Wir haben bei unserem ersten High Rocks die Stangen einfach so gestreckt, die Arme gestreckt erhalten und jetzt haben wir durch den Kumpel, der auch ein Crossfitter ist oder selbst Personal Trainer uns eine neue Technik beibringen lassen, dass man sich in den Schlitten richtig reinlegt. Und siehe da, das ging dann doch viel einfacher. Natürlich hat man trotzdem schwere Beine, aber man bekommt den Schlitten bewegt, weil wenn man die falsche Technik hat, dann kriegst du diesen Schlitten einfach nicht bewegt. Da kann da 100 Kilo drauf sein oder 150, du kriegst den Schlitten nicht bewegt. Und beim Walbers merkt man auch, dass man da sehr viel Effizienz reinbringen kann, indem man, wir haben immer den Ball genommen, dann lassen die in die Hocke, in den Squat und dann wieder hoch. Also es war alles sehr abgehackt und man kann die ganzen Übungen sehr smooth machen, sage ich mal. Und auch beim Rudern gibt es die Techniken. Also man kann da hier und da immer Prozente rausholen, aber natürlich braucht man gerade auch beim Walbers, auch wenn es eine Kraftausdauerübung ist, schon die Kraft, weil hinten raus hast du so schwere Beine und ich habe dann, ich glaube, wenn du gar keine Kraft in den Beinen hast, wirst du nicht mehr so tief gehen können. Das haben wir auch erlebt. Wir haben hinten raus uns echt die Puste ausgegangen. Ihr habt eben auch die Technik angesprochen beim Schlitten schieben. Wie ist es beim Schlitten ziehen? Was gibt es da zu beachten? Wahrscheinlich auch sich dann in die entgegengesetzte Richtung weit rein. Ja, also da gibt es drei Techniken, die man anwenden kann und je nachdem, was bei einem Typ man ist, wenn die Männer eher Oberkörper stärker haben, dann kann man das Seil einfach, sich einfach in die Hocke legen, nach hinten legen und das Seil ziehen. Wir haben quasi das Seil, wir sind immer ein paar Schritte zurückgegangen, das Seil mitgezogen oder man kann viel aus der Hüfte arbeiten. Also da kann man sich schon die Techniken, da gibt es wohl drei verschiedene Techniken, da muss man für sich herausfinden, womit man am besten klarkommt. Aber auch da einfach sich hinstellen, das Seil ziehen funktioniert gar nicht. Farmer's Carry ist, was die Technik angeht, da eher unkompliziert. Was ich immer noch für sehr herausfordernd empfinde, war das Ski-Ergometer. Also ich finde, das ist auch immer noch mal was, oder was mir sehr schwer gefallen ist. Ist das auch ein Teil, den ihr technisch trainiert oder ist das eines der Talente, weil es dann auch eher über die Ausdauer geht? Nee, Ski-Ergo hat gar nicht so viel mit reiner Ausdauer zu tun. Das ist auch Oberkörpertraining. Also wenn wir Oberkörper trainiert haben, haben wir manchmal auch Ski-Ergo-Sprints eingebaut. Das geht doch ganz schön auf, ja, schon die Schultern oben, also die Schulterblätter. Das ist eigentlich auch fast, das war meine Hassübung, oder ist meine Hassübung, weil das kommt ganz am Anfang. Ja. Und wenn du da zu viel Pulver verschenkst, dann merkst du es, du bist dann einfach tot ab der Mitte. Das hat man bei der WM gesehen, bei der Elite 15. Die Lauren Weeks, die letztes Jahr Weltmeisterin geworden ist, hat sich da so übernommen. Aber gut, die ist auch zu schnell angelaufen. Da hat man gesehen, wow, also die Megan Jacoby, die dann Weltmeisterin geworden ist, die hat sich ein bisschen besser eingeteilt. Aber beim Ski-Ergo, wenn du da zu viel Körner lässt, dann hinten raus, geht gar nichts mehr. Und Ski-Ergo ist nicht zu unterschätzen. Da muss man wirklich, ja, gerade am Ski-Ergo und Rudern muss, da sind zwei Stationen, da darfst du nicht zu viel Körner liegen lassen, sondern musst es recht, in Anführungsstrichen, entspannt durchziehen. Weil man auch, glaube ich, da sonst extrem in die Übersäuerung kommen kann. Richtig, genau. Und bei diesen Belastungen, da das Laktat wieder aus den Muskeln rauszukriegen, ist fast unmöglich. Außer man läuft dann irgendwie. Du hast keine Zeit. Du hast gar keine Zeit, das Laktat aus den Muskeln rauszukriegen, weil du willst ja nicht beim Laufen dann nicht 30 Sekunden langsamer laufen. Das ist ja dann, dann verschenkst du ja auch die Plätze, sag ich mal. Also das ist ja das Faszinierende. Du musst dir das so gut alles einteilen. Gut im Double, das ist noch was anderes, das ist eine andere Nummer als alleine. Also alleine, da ziehe ich den Hut vor. Das ist schon richtig Wahnsinn, was da geleistet wurde. Ihr habt eben auch angesprochen, ihr macht selbst keinen Regenerationstag, keinen Pausentag, sondern eher einen regenerativen Dauerlauf. Was steht denn bei euch sonst noch so, so zum Stichpunkt Regeneration auf dem Plan? Ach, Schlaf ist glaube ich nach wie vor, weil im Leistungssport ist auch jetzt noch die beste Regeneration. Ich gehe auch früh schlafen, ich kriege meine 8-9 Stunden Schlaf, die brauche ich auch. Gerade wenn man die intensiven Hydroxanheiten hinter sich hat, dann muss man schlafen. Gut, was ich jetzt auch angefangen habe, was ich nie gemacht habe im Leistungssportbereich, ist auch mal so Proteinpulver zu nehmen, einfach mal auch zur Regeneration. Ich weiß nicht, wie viel das am Ende, wie viel Prozent das am Ende ausmacht, aber direkt nach dem harten Training zu, sag ich mal, die leeren Speichel wieder aufzufüllen, ein bisschen Aminosäuren zu sich zu führen, gerade nach dem Krafttraining, ich glaube, das wird schon was bringen. Da habe ich mir einfach von ESN, das kennt man ja jetzt auch mittlerweile, das ist ja schon ganz bekannt, diese Marke ESN, Proteinpulver, Proteinriegel, aber ansonsten würde ich sagen, den tue ich auch abends, weil da merkt man halt einfach, die Verletzungsprävention ist wichtig. Jetzt vorm Hydrox hat die Elli sich im Meniskus eingeklemmt, ich hatte eine Zeit lang komische Rückenprobleme, also mehr Krafttraining bedeutet auch halt leider mehr Verletzungsgefahr. Und Flüssigkeit, viel Essen, wir haben durch das Krafttraining viel Hunger gehabt, also haben wir auch große Portionen gegessen. Das wäre auch meine Frage, weil ich sage mal, bei diesen Trainingsumfängen, bei diesen Trainingszeiten und auch die Belastungen sind ja immer sehr, sehr hoch, hat man ja einen extremen Kalorienverbrauch. Und da könnte ich mir vorstellen, überhaupt da auf die ausreichende Kalorienanzahl oder auch Mikronährstoffe, restliche Makronährstoffe zu kommen, sollte man das auch nicht unterschätzen. Habt ihr da einen Ernährungsplan oder ist es einfach noch so aus der Leichtathletik-Zeit so ein Bauchgefühl, dass ihr wisst, wie viel ihr da zu euch nehmen müsst? Nee, Ernährungsplan hatten wir eigentlich auch damals nicht wirklich. Also der Körper gibt einem Signale und wenn man satt ist, ist man halt satt. Und wenn man Hunger hat und nach einer großen Portion passt er immer noch Hunger hat, dann sollte man vielleicht nochmal eine zweite Portion essen. Also wie du sagst, dieses Krafttraining, das Hydrox-Training hat enormen Energieverbrauch. Man war wirklich dauernd am Brennen, weil wir haben ja auch viel mehr Muskulatur aufgebaut. Also bei uns wurde schon gesagt, dass wir einen Stirnacken bekommen haben. Das hat man ja als Läufer damals so nicht gehabt. Da hat man schon gemerkt, dass, ja, also weil wir dann auch angefangen haben, den ganzen Leuten auf Instagram zu folgen, was die dann auch alles essen. Also die posten ja, die Amerikaner posten ja auch wirklich alles. Also nicht, dass wir das kopiert haben, aber man muss schon gut essen, um auch die Kraft zu haben, weil du auch beim Wettkampf selber kann man auch, sag ich mal, sich mal ein Gel zwischendurch nehmen, das einfach nochmal ein bisschen Zucker zu sich zu nehmen. Nicht umsonst stehen an den Stationen auch Wasser und Red Bull Becher, dass man einfach zwischendurch was Zucker zu sich nehmen kann. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Was ihr auch gesagt habt, es ist auch oft eine mentale Sache, gerade die Wallballs, auch die Trainingseinheiten an sich, wenn man weiß, okay, es wird heute wieder richtig hart. Habt ihr auch bestimmte Methoden, um euch dann, ich sag mal, mental auf dem Wettkampf vorzubereiten? Also in der Leiche-Dietig hatte ich die, würde ich mal sagen. für uns ist es ein Amateurbereich, wir befinden uns ja immer noch im Amateurbereich, geht mal ganz entspannt an die Sache ran. Also ich bin jetzt, weder von Nizza noch von Kaiser, bin ich irgendwie mein Training durchgegangen und habe hinterfragt, ob das jetzt gut war, weil ehrlich gesagt hat man keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. An den Laufleistungen haben wir gesehen, ja, wir sind sehr gut drauf, also wir waren selbst überrascht, wie schnell wir wieder ein sehr gutes Niveau erreicht haben. Wir sind Tausender gelaufen, die waren unwesentlich langsamer als in meinen letzten Jahren in meiner Leiche-Dietig-Karriere. Im Karp-Bereich konnten wir halt auch keine Vergleiche zielen. Vielleicht war das auch das Gute, dass wir so ein bisschen underdogs waren, keiner kannte uns und da laufen zwei Blondinen vorneweg, die keiner kennt. Also mein Mann hatte dazu geschaut bei der WM, hat auch gesagt, dass die zwei Britinnen, die gewonnen haben, die ja beide auch Elite 15 sind, auch immer sich gewundert haben, wer sind die beiden? Die kennt ja keiner. Alle hatten irgendwelche Trainer und wir sind, glaube ich, schon noch mehr Amateur als viele andere dort. Aber, nee, mentales Training, dadurch ist das, damit verdienen wir nicht unser Geld. Vielleicht ist das auch wieder das Gute, dass man sich da ein bisschen in Entspannung reinbekommt. Aber ich sage mal so, das Thema, das hat man auch schon ein bisschen so rausgeklungen, Wettkampftaktik, wie teilt man sich dann das Event ein? Sowas wird ja wahrscheinlich schon so mit reinspielen. Wir haben es ja eben besprochen, nicht über Pacen beim Ruderergometer oder auch beim Ski-Erk. Ist das was, was ihr vielleicht vor so einem Wettkampf nochmal durchgeht? Vielleicht so bestimmte Zeiten, also diese Pace wollen wir auf dem Ruderergometer fahren oder da sollten wir, weiß ich nicht, ein bestimmtes Tempo nicht unterschreiten oder überschreiten? Und habt da so ein bisschen im Wettkampf den Blick drauf oder ist es dann tatsächlich im Wettkampf eine reine Gefühlssache? Nee, das auf jeden Fall. Also gerade, wenn man das im Double macht, hast du schon, geht man, weiß man schon vorher, welche Strategie und Taktik man anwendet im Wettkampf, weil man weiß ganz genau, wie man sich das aufteilt. Wenn man gleich stark ist, ist es ja einfacher, weil dann kann man sagen, du machst 500 Meter Rudern, ich mache 500 Meter Rudern. Natürlich, das ist halt immer der Plan A, wenn man während des Wettkampfs muss man halt schon so agil sein, dass man auch sagt, hier übernimm du, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 100 Meter mehr rudern, dann bin ich zu sehr im Laktat drin und das sollte ja nicht passieren. Da muss man schon reagieren, aber nicht umsonst machen. Alle High Rocks-Athleten im Vorfeld eine Simulation, die haben ja auch gemacht, wir sind hier bei uns in Wallau, das ist bei Hofheim, in die Box gefahren, haben eine Simulation gemacht. Von dem kompletten Wettkampf? Genau, einfach kompletter Wettkampf. Ja, natürlich was anderes, also in Nizza läufst du in so einer großen Messehalle, hast keinen Wind, hast einen ganz anderen Boden und so sind wir einfach rausgelaufen im Industriegelände und haben da einfach alles simuliert. Ja, aber trotzdem gibt uns das ja ein bisschen Sicherheit, dass man irgendwo nicht bei der Hälfte einbricht und genau, also so, das waren eigentlich alle Athleten eine Art Simulation. Was unser großer Vorteil war auch, dass wir beide gleich starke Läuferin sind, also das ist nicht bei jedem der Vorteil. Es gibt sehr, sehr viele Doubles, wo der eine besser ist als der andere, aber man muss ja aufeinander warten, also es darf keiner 100, 200 Meter vorne weglaufen und das ist unser Vorteil, weil ich habe eine andere Division gesehen, also eine Age Group, im Double, da musste die Partnerin sehr oft auf die eigene, auf die andere Läuferin, auf die Partnerin warten und das ist unser Vorteil, dass wir beide gleich starke Läuferin sind, weil so haben wir da nicht Zeit verloren und genau, das war wirklich, glaube ich, diese Taktik ist auch gut aufgegangen im Wettkampf. Das Thema Ernährung, ihr habt die Gels angesprochen, ist das auch was, was ihr dabei habt und darauf achtet, weiß ich nicht, alle 20 Minuten ein Gel einzunehmen oder ein Riegel wird wahrscheinlich schwierig, aber irgendwie Elektrolyte oder was ähnliches. Ja, wir haben vor Kreisro kurz am Start so ein Dextra Energy Gel genommen, das ist unser Verhängnis geworden, weil wir früher nie irgendwelche Koffein Gels ausprobiert haben, dann haben wir gesagt in Nizza, wir machen gar nichts, also wir nehmen nichts, das war auch wieder blöd, also was heißt blöd, das war wieder auch lessons learned fürs nächste Mal, dadurch jetzt die Luftfeuchtigkeit in Nizza an sich, weil es ja mehr liegt, sehr hoch war, sind wir hinderaus dehydriert etwas, das ist vielen Athleten so ergangen, weil wir einfach uns nicht die Zeit genommen haben, wenigstens an der Station mal kurz fünf Sekunden Wasser zu trinken, weil das ja, wie gesagt, haben wir rausgehört von anderen, dass es wohl viele hinten raus bei den Wallboys ganz schön eingegangen sind, weil man einfach nicht getrunken hat, aber eigentlich, nee, wir haben keine Experimente mehr gemacht, machen wir im Training auch nicht, wir sind eher so nüchtern Athleten, wir lieben es nüchtern zu trainieren, dann passieren auch keine Experimente für den Magen, das kann nach hinten losgehen. Und eine Sache, die mich noch interessieren würde, wären die Schuhe, weil ich sag mal, gerade auch bei dem Schlittenschieben braucht man ja extrem viel Grip, man ist eher auf dem, nur auf dem Vorderfuß und da ist wahrscheinlich dann auch nicht jeder Laufschuh für geeignet, also ist das auch so ein Punkt, den man beachten sollte? Auf jeden Fall, also der Rasen, bei dem wir trainiert waren in unserem Fitnessstudio, wenn man da die falschen Schuhe anhatte, ist man nur weggerutscht, also wenn man Pech hat, hat man die falschen Schuhe an und dann kann man den Schlitten auch trotz viel Kraft nicht bewegen, aber der Boden im Wettkampf, in der Messerhalle ist ein anderer, ist eher so filzig, ich habe jetzt von vielen auch die, die Vaporflies anhatten, da hatten die keine Probleme damit, also wir hatten auch solche, tatsächlich sind wir vielleicht auch so schnell gelaufen, weil wir so Carbon-Schuhe anhatten, die hatten wir ja in der Leichtathletik nie an, weil es damals ja die Schuhe noch nicht gab, aber dazu muss man sagen, hat jeder, der am Startort war, hatte irgendwie eine Form von Carbon-Plattenschuhen, sodass alle den Vorteil hatten, aber auch mit den Schuhen hatte man kein Problem, aber wenn man die falschen Schuhe anhat, vielleicht die gar keinen Grip haben, dann wäre das vielleicht nach hinten losgegangen, ja. Gibt es sonst vielleicht noch so den ein oder anderen Tipp, den ihr, ich sage mal, Leuten, die das erste Mal da an den Start gehen wollen, mit an die Hand geben würdet? Ja, so im Nachgang würde ich, wenn jemand an High Rocks Interesse hat, erstes Glückchen verdammt cooles Sportart, ich meine, abgesehen vom Training, dass man schon auch eine gewisse Basis, Grundlagenausdauer mitnehmen muss, würde ich immer sagen, beginnt mit einer Staffel, um sich da ein bisschen reinzutasten, und natürlich im Double kann man auch einfach beginnen, weil in Open-Kategorie, dann sind die Gewichte nicht so hoch, also man sollte sich vielleicht zu Beginn auch nicht so viel Druck setzen, aber mit jedem High Rocks lernt man dazu, aber wenn man mit einer Staffel beginnt oder im Double, kann man eigentlich so erstmal nichts falsch machen, und da kann man das erstmal austesten, und ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es doch viel Training erfordert, die Sportart wächst weiter, wie ich hab so rausgehört, die Messerhalmen, die Kapazitäten werden schon gesprengt, also das wird ja alles immer größer, so wie es bei so einer Sportart ist, wie so eine kleine Samen dann plötzlich wächst und wächst und jetzt explodiert, also, und ich glaube, der Moritz Föster als ehemaliger Profisportler weiß, was wichtig ist, so eine Sportart medial auch zu präsentieren, und also Diana und ich glauben schon, dass es für nicht Olympisch werden, dass nicht, dafür ist es so unobjektiv, weil man ja dann auf manche vielleicht das nicht ganz so vergleichen kann, aber wer weiß, wohin da die Reise hingeht, auf jeden Fall wird das jedes Jahr professioneller, noch größer, und ich glaube, wir wissen, also wir haben schon dieses Jahr erlebt, wie schnell so eine Sportart wachsen kann. Und man muss so sagen, egal wie hart, wenn du mal in die Ziellinie ins Ziel reinläuft, dann sieht man eigentlich nur noch Sternchen und wird am liebsten eine Rettungswagen rufen, das weiß du wahrscheinlich selber, aber irgendwie eine Stunde später denkt man sich, geil, ich buche mir den nächsten High Rocks, also irgendwie ist es auch faszinierend, weil das Training ist einerseits super hart, andererseits auch sehr abwechslungsreich, ich meine, man hat jeden Tag irgendwas anderes, das motiviert das auch extrem, also ich finde, ich würde jedem mal raten, einfach mal so einen High Rocks zu suchen, weil es wirklich, wenn man den absolviert hat, dann weiß man, wovon man redet. Wie sind eure Pläne für die Zukunft? Also steht der nächste High Rocks-Wettkampf schon auf dem Plan? Aktuell trainieren wir jetzt einfach und schauen mal, weil leider war wir etwas so spät für Frankfurt, da war alles schnell ausgebucht, oder Stuttgart, aber man kann ja manchmal, sind ja noch Tickets, die übrig sind, wenn man vielleicht dann mal auf den Zug raufbringt, vielleicht auch mal nix mit einem Paar, also mit einem Kumpel von uns, also wir haben mal ein paar Kumpels, die da mitmachen, vielleicht mal nix mit einem Mann mal probieren, auf jeden Fall bleiben wir dran und trainieren weiterhin, weil das Training auch so ohne, weil ich sage, spezifisch auf dem Wettkampf trainiert, ist auch sehr, macht trotzdem Spaß. Ja, und man hat bei den Age Groups gesehen, es gibt Age Group 75, also wie, wie, wohin die Reise noch gehen kann, das ist, das ist auch, da habe ich auch nicht schlecht geschaut, da hat jemand in der Age Group 65 oder 70 gewonnen, mit einem Durchschnittspacer von 4 Minuten 14 auf dem Kilometer, das muss man erstmal in dem Alter schaffen und also, selbst wenn man jenseits 40 Jahre alt ist, weiß man, die Sportart kann man immer noch betreiben und ja, es macht Spaß, es ist einfach eine Community und wir sind zwar nicht in keiner Crossfitbox angemeldet, aber immer wenn wir da waren, ist schon noch so ein anderer Spirit, also das ist diese Faszination Hybrid Athlete, nimmt immer mehr Fahrt auf und ja, mal schauen, wo die Reise dann hingeht. Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Diana, Elena, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute dafür genommen habt und dann viel Spaß im Training. Ja, danke, und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, gebt ihn eine Bewertung und schaut natürlich auch gerne auf meinem Instagram und YouTube Kanal vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.